Okay, hallo und herzlich willkommen zu Call of Duty 2. Sterne. Naja, mir ist gerade eben mein PC abgeschmiert bei der letzten Aufnahme und deshalb müssen wir das Ganze nochmal machen. Yeah. Naja. Egal. Ich glaube, ich sag jetzt zum dritten Mal oder vierten Mal, dass wir diesen Sergeant John Davis spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das in der letzten Folge schon gemacht haben. Naja. Egal. Oh, ich muss nochmal mein Mikrofon befestigen. Da. Ja. Und dann läuft alles. Und wir mussten nach Kang. Ich hab mal wieder meine Lieblingswaffe nicht dabei. Ach, das ist die Geschichte. Ja, okay. Da sind die Feinde hier. Tut mir leid. Tut mir leid, aber... Nicht mit Verwaschung. Da. Wechseln. Wechseln. Und... Oh. Nein, ich hätte gerne den mit dem gewechselt. Ja, ich weiß jetzt dummerweise schon, was hier passiert. Das ist dumm gelaufen. Ja, es passiert, wenn man seinen PC nicht regelmäßig aussaugt. Dann überhitzt er halt hin und wieder mal. Das geht doch. Nein, nein, nein. Oh, nein. Oh, nein. Dann bin ich hier. Weg. Wechseln. ч Und dieser Scheiß-Teil da... Wow! Nein! Das ist ganz, ganz bescheuert. Was wir hier haben. Wir haben keinen einzigen, der mein liebes Gewehr benutzt. Aber dafür haben wir hier eine Anti-Tank-Weapon. Man sent sie auch. Panzerschreck! Ey, das gibt es doch nicht. Das ist doch zum Kotz. Oh. Keine gute Idee. Nein, weg hier, weg hier, weg hier. Nachladen. Komm schon raus. Wir sind bei dem er tot, wenn ich hier ankomme. Wie schön. So. Aha, jetzt habe ich wieder Muni. Gut gemacht. So. Fertig. Und das hier wird es wahrscheinlich eine kürzere Folge, weil ich das alles schon kenne und nicht... Geht so runter durch die Gegend höre. Ey, komm her. Scheiße. Okay, mein PC nimmt nochmal auf. Das ist zumindest eine gute Sache. You can't stand here. You can't stand here. You can't stand here. weiter geht es erst mal die hauptverursacher weg verdammt da nein, 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 nein weg hier, weg hier oh knapp komm hoch gut gemacht und weiter geht's oh, scheiße das war keine gute Idee ich hab schon nachgeladen, das ist gut weil wie schnell man dieses Nachladen ja vergisst das ist eine Küche mit sehr modernen nur leicht angerosteten 90er Jahre her oder ach, 18 18. 18. Jahrhundert ja wie schön mir geht's nicht weiter tschüss oh schön, dass die auch was werden können nachgeladen 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 uhu wir haben wieder Munition wie schön wir können weiterlaufen wieso bleibst du hier ist hier noch irgendwas komm, wir gehen weiter oder auch immer schön fest nachgelen immer schön fest nachgelen was bleibst du da stehen ich möchte weiter let's go that grassroads overhead is our objective get behind something enemy armor approaching from the grassroads blue die 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 ä